Du hast dein Auto besticken lassen? Nee, nicht bestickt, bedruckt, wollte ich sagen. Jetzt habe ich bestickt, genau. Willkommen in der Hochzeits-DJ-Akademie. Mein Name ist Thorsten. Und ich bin der Maik. Und hier im Podcast, da geben wir dir Tipps zu Musik, Marketing und zu deinem Logo, damit du als Hochzeits-DJ erfolgreicher wirst und mehr Aufträge bekommst. Hier bist du genau richtig, wenn du als selbstständiger DJ durchstarten willst, ohne von anderen Firmen oder Agenturen abhängig zu sein. Und die ganzen Notizen zur heutigen Folge, die findest du bei uns auf der Webseite unter hochzeitsdjakademie.de-logo. Genau, Thema Logo. Darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Und zwar, wie wichtig ist dein Firmenlogo und vor allem, woher bekommt man eins und was muss man dabei vor allem beachten? Bevor wir damit aber loslegen, haben wir natürlich wieder einen Song-Tipp der Woche für dich. Thorsten, was haben wir uns denn diesmal rausgesucht? Und da muss ich dich heute fragen, weil diesen Song, den habe ich noch niemals in meinem Leben gespielt. Wir reden über John Legend, All of Me aus dem Jahr 2013 und da hast du mir vorhin erklärt, das ist seit Jahren so der beliebteste Eröffnungstanz oder Eröffnungsmusik für jede Hochzeit. Das stimmt. Also Brautpaare haben ja die Wahl, welchen Song sie zur Tanzeröffnung nehmen. Viele nehmen, ich sag mal, so einen klassischen Walzer, einen Wiener Walzer, manche nehmen auch einen langsamen Walzer, manche nehmen aber auch moderne Popsongs. Und John Legend und All of Me ist einer dieser modernen Popsongs, der aktuell so sehr, sehr gefragt ist, ähnlich auch wie mit Ed Sheeran, Thinking Out Loud, ist zum Beispiel auch so eine Nummer. Aber wenn ich so auf das letzte Jahr zurückblicken muss, muss ich sagen, John Legend, All of Me war wirklich der begehrteste Popsong. Und ich denke auch, dieses Jahr wird er auch wieder ganz vorne mit dabei sein. Und du meinst, so langsam ist der Donauwalzer, wenn ich ihn noch spiele, auf dem Absteigenden hast? Ja, also der Donauwalzer ist auch so ein Song, den benutze ich auch sehr, sehr gerne zur Not, auch eben als zweiten Song. Aber wie gesagt, gerade so moderne Brautpaare, die wollen halt einen Song, der zu ihnen passt, der schön ist, den sie sich anhören, wo auch die Lyriks zu einem passen. Und da stolpert jeder einfach mal über John Legend, All of Me. Und wer ihn toll findet, der benutzt ihn natürlich auch als Tanzeröffnungssong. Also bei mir ist das sehr, sehr häufig der Fall. Und auch gerade jetzt am Wochenende bei dem Brautpaar, wo ich tätig war, die hatten sich auch John Legend, All of Me gewünscht. Allerdings war es da so, die wollten nicht die normale Radio Edit benutzen, sondern die haben bei YouTube eine andere Version gefunden. Die hat irgendeinen DJ, den die gebucht haben, für die extra zusammengeschnitten gehabt in diesem YouTube-Video. Und da wechselt sich die normale Radio Edit mit der Tiesto Edit zum Beispiel ab. Das heißt, mitten drin kommt so ein richtiger Dance-Part, wo man so ein bisschen Crazy Wedding-Dance reinmachen kann. Und dann geht es wieder in den langsamen Part über. Und mein Brautpaar wollte genau diese Version haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das mehr so EDM auf die Fresse, Calvin Harris-mäßig? So und das hochpitcht und dann... Nee, ganz so hart ist es jetzt nicht. Also Tiesto oder diese Version ist schön am Original orientiert, mit den originalen Vocals sogar drin. Nur, dass auf die Geschwindigkeit einfach ein schöner Trans, elektronischer Beat drin ist, der, ich weiß gar nicht, auf wie viel BPM der läuft, aber der hat schon eine schöne Geschwindigkeit drin, der einfach ein bisschen danziger ist. Weil der Originalsong von John Legend, All of Me, ist ja eine ganz langsame Ballade im Endeffekt nur. Wo ein bisschen Akustik drin ist, dann das John Legend Gejammer halt noch mit reinkommt. Und wenn man dann halt diese Dance-Version dagegen hört, die hat dann schon richtig Power und ist damit untermalt, aber hat die originalen Vocals mit drin. Und zumindest wollte mein Brautpaar genau diese Version, die sie da bei YouTube gefunden haben, wo sich das ein bisschen abwechseln, dass man mittendrin auch mal einen schnellen Part tanzen kann. Aber es gab die halt nicht käuflich zu erwerben. Und so hat ein Kollege von mir sich drangesetzt und hat die dann zusammengeschnitten und hat die mir zur Verfügung gestellt. Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Waves damals, dem Robin-Schulz-Remix, mit dem er, glaube ich, ja seinen Durchbruch hatte. Wo Mr. Props so diese, ja das ist auch so eine ruhige, gechillte Nummer und Robin Schulz hat da ein Beat drunter gelegt. So habe ich mir das jetzt vorgestellt, als du gesagt hast hier, das ist ein irgendwie Tiesto-Versus-Remix-Edit. Nee, aber genau so ist es. Es liegt jetzt auch daran, ich habe gerade vor ein paar Tagen den Robin-Schulz-Film gesehen und da haben sie genau über Waves gesprochen, wie er den Durchbruch hatte, wie er sie gefunden hatte. Und in dieser Tiesto-Mix ist es ähnlich gemacht. Und da ich auch meine, dass der für viele Brautpaare interessant ist, dieser Song, habe ich mich dann zum Beispiel hingesetzt und habe zu diesem Song aus ein paar Stock-Videos ein Videoclip zusammengeschnitten und habe diesen Wedding-Mix, wie ich dann genannt habe, also von John Legend, All of Me, einen sogenannten Wedding-Mix gemacht mit einem Videoclip und habe ihn auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen. Und da können sich natürlich andere Brautpaare auch dran orientieren oder auch andere DJs können den natürlich verwenden, wenn zum Beispiel Brautpaare nicht auf die normale Radio-Edit tanzen wollen, sondern halt ein bisschen was Peppigeres haben möchten. Wenn du das von der Hochzeit live von YouTube abspielen willst, also das Video verlinken wir dann auf alle Fälle bei uns auch noch auf der Notizen-Seite zu dieser Folge. Genau, sehr gerne. Also ich habe das wirklich nur mit Stock-Videos aufgefüllt, die ich gefunden habe und die ich passend... Du musst jetzt erklären, was sind Stock-Videos? Stock-Videos sind ähnlich wie Stock-Fotos. Das sind vorgefertigte Videoclips, die man kaufen kann und dann zur freien Verfügung verwenden kann. Oder es gibt manche auch Seiten, die bieten sowas zum Beispiel kostenfrei an, gegen lizenzrechtliche Hinweise oder den Lizenzgeber oder den Herausgeber, den man noch mit aufführen muss. Also wie gesagt, das sind Sachen, die haben andere produziert, die kann man kaufen oder erwerben oder runterladen, wie auch immer und kann sie dann für sich benutzen, ohne natürlich selbst irgendwo irgendwelche Videoclips aufzeichnen zu müssen. Und die gibt es, da gibt es schöne Archivs von. Die kriegt man übrigens auch bei uns in dem VIP-Newsletter. Da haben wir mal eine Tipp-Seite mit reingegeben. Also wenn du da eingetragen bist, hast du die mal als Tipp gekriegt, lieber Hörer, wo du dir kostenlos Fotos und auch so Videoclips von Anbietern zum Beispiel holen kannst, auch für deine Postings. Und zumindest da habe ich mir auch meine Stockfotos, Stockvideos hergeholt für diesen Videoclip, habe die zusammengeschnitten und habe da einfach so dieses dreieinhalb Minuten Backgroundvideo dazu geschnitten zu dem Song. Und was ähnlich ist, ist vielleicht auch die Titelmusik von unserem Podcast hier, von der Hochzeits-DJ-Akademie. Das ist jetzt nicht unbedingt Stockmusik, aber es ist vorgefertigte, lizenzfrei nutzbare Musik, die uns dankenswerterweise YouTube zur Verfügung gestellt hat. Die haben auch eine riesen Datenbank an, da kannst du sämtliche Toneffekte und auch so ein bisschen Musik runterladen und kannst du für Podcasts, für Videos, für alles mögliche benutzen. Das ist auch eine sehr, sehr geile Version und das haben wir da auch benutzt. Und auch in dem Videoclip, den ich zusammengestellt habe, habe ich dann zum Beispiel mein DJ-Logo am Ende noch mit eingeblendet. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Wiedererkennungswert. Das ist auch der Übergang zu unserem heutigen Thema, was wir ja mit euch besprechen wollen. Woher bekommt man ein Firmenlogo? Wie wichtig ist es und was muss man beachten, wenn man sowas zum Beispiel erstellt oder auch erstellt bekommt? Ist es überhaupt so wichtig, ein Firmenlogo zu haben? Ich habe kein Firmenlogo. Ich habe auch kein, ich habe eine Tagline für DJ Reverb, für DJ Thorsten Weber, habe ich von dem allen noch überhaupt nichts. Also aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, weil es einerseits einen Wiedererkennungswert gibt. Ich habe zum Beispiel ein DJ Mike Hoffmann-Logo mir damals erstellt. Das habe ich damals selbst gemacht. Und überall, wo es auftaucht, wissen die Leute direkt, ach, das ist doch der Kerl da mit dem Notenschlüssel oder das ist doch der Mike oder das ist der Hoffmann, je nachdem, wie sie mich immer nennen, wo dann auch mein Name in dem Logo mit drin ist, ein Notenschlüssel noch mit eingebunden ist. Also für mich ist es wichtig, einfach auch um einen Wiedererkennungswert zu kriegen, wenn mich irgendeiner auf einer Hochzeit sieht mit dem Logo, dass er, wenn er mich zum Beispiel googelt oder auf Facebook sucht und dann das Logo sieht, er sagt, ach, das ist genau der Kerl, den ich gesehen habe, dass man einfach direkt weiß, okay, man erkennt es anhand des Logos wieder. Das ist ähnlich wie das Phänomen von McDonald's. McDonald's als Wort geschrieben fällt einem nicht direkt auf, aber dieses riesengroße goldene M, egal wo du es siehst, selbst wenn du über eine Autobahn fährst und du siehst es oben auf irgendeiner Litfaßsäule drauf, weißt du genau, da ist ein McDonald's Restaurant, weil dieses Logo sich einfach schon so in die Köpfe gesetzt hat und dieser Wiedererkennungswert ist. Deswegen ist es so wichtig, ein Logo zu haben. Es ist eine Kombination aus vielen Sachen. Also du hast einmal so grafische Gestaltungselemente, weil das McDonald's M ist ja auch nur eine reduzierte Variante von der Schriftart mit dem typischen goldgelben Schriftzug oder der Farbe, die da an der Stelle verwendet wird, aber eigentlich ist es ja die Abkürzung oder der Anfang von McDonald's als Firmennamen. Das kannst du natürlich beliebig weit treiben. Mein Lieblingsbeispiel, was mir immer so in der Fernsehwerbung einfällt, ist Audi. Die kannst du relativ gut am Schriftzug erkennen und Telekom sowieso mit ihrem T und dem Magenta der Farbe. Die haben das ja so wirklich auf den Punkt oder auf die Spitze getrieben. Und was ich auch immer schön finde, ist Mercedes-Benz. Die haben so eine Serifenschriftart, die erkennst du aus, ich glaube, 100 Metern Entfernung. Wenn du eine Zeitungsanzeige siehst, siehst du, dass das einfach, das muss von Mercedes sein, weil einfach das, also mir springt diese Schriftart. Ich finde die einfach so elegant. Das passt so richtig schön zu der Marke, zu dem Autohersteller. Das sind aber so Sachen. Und auch gerade, weil du auf Audi gekommen bist, ich habe letztens etwas noch gelesen über Werteerkennung, Wertzusammensetzung. Bei Audi ist es zum Beispiel so, wenn die Autos produzieren und die haben zum Beispiel, wenn du die Autotür von einem Audi auf und zu machst, hast du ein gewisses Geräusch. Und dieses Geräusch zeichnen die auf und tun die auch natürlich in ihre Werbungen oder in sonstige Sachen mit reinmachen, damit alleine dieses Geräusch, wenn du das hörst, direkt erkennst, da ist ein Audi im Unterbewusstsein drin. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr schön. Und Audi setzt da wirklich direkt Design und Werte und Marke so weit in den Vordersprung, in den Vordergrund, dass es halt wie gesagt sehr, sehr wichtig ist und auch ein sehr hoher Wiedererkennungswert ist. Alleine schon diesen Nebensatz, den die immer mit dabei haben, Vorsprung durch Technik. Das fällt dir ja direkt ein, wenn du Audi hörst und das haben viele andere Marken auch gemacht. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man sowas hat und dass man auch ein einheitliches Auftreten hat. Ich meine, bei sowas nennt man sogar Corporate Design in der Fachsprache. Ja, das ist die Summe aus allem. Also du hast ja jetzt sowas wie Vorsprung durch Technik. Das ist ein sogenannter Markenclaim. Genau. Also du hast einmal die Marke an sich, diese vier Ringe. Schön, dass wir uns jetzt so auf Audi einschießen. Und dann hast du Vorsprung durch Technik. Das ist, ja, also da musst du, da müssen ziemlich viele Leute ziemlich lang hirnen, um auf so einen Begriff irgendwie mit oder so einen kurzen Ausdruck mit so drei Worten zu kommen. Moment, dass du das als einzelner DJ schaffst irgendwie feiern durch Party oder, nein, mir fällt jetzt nichts Blöderes ein. Also ich habe, ich habe auch, ich habe auch was ähnliches, aber wenn du mal auch so denkst, Nike hat zum Beispiel Just Do It, Snickers fällt mir immer ein, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Echt, sehr gut. Das fällt mir halt ein und da gibt es noch viele, viele andere Variationen drin. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das DJ Mike Hoffmann genommen und habe mir zwei, drei Dinge gemacht, die bei mir, wenn man sie hört, einfach viele, viele hören so einen Nebensatz und sagen, das ist doch der vom Mike, wie zum Beispiel, hier wird abgetanzt, ist zum Beispiel eins der Dinge, das habe ich sogar auf meinem Auto mit draufstehen oder was ich sehr, sehr oft benutze, ist für tolle Stimmung braucht man gute Musik. Das habe ich sogar auch, wie gesagt, auf meinem Auto auch noch mit draufgedruckt, oft als Werbeslogan mit drin. Oder auch, denn Musik ist zum Tanzen da, benutze ich oft in Werbepostings oder ähnlichen Sachen, so dass man eine kleine Verbindung dementsprechend mit reinkriegt. Aber ansonsten ist Corporate Design, was wir vorhin angesprochen haben, sowieso sehr, sehr wichtig, weil das ist das Gesamtpaket und da kommt auch zum Beispiel eine Farbgebung, ist sehr, sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel eine starke Farbgebung durch die Farben Lila und auch teilweise in Rosa. Die spiegeln sich auf meiner Webseite zum Beispiel wieder, weil sie sich in erster Linie in Hochzeiten widerspiegeln und wenn ich auf einer Hochzeit auftauche, ich habe immer ein lila Hemd an. Ich habe immer ein lila Hemd an mit einer schwarzen Weste, weil sich einfach das bei mir so eingebürgert hat, wenn ein Kunde bei mir auf der Website ist, ist alles ein bisschen lila, wenn er mir kommuniziert, sogar meine E-Mails haben lila Touch mit drin und wenn ich auf der Hochzeit auftauche, habe ich auch ein lila Hemd an, damit sich das alles einfach dementsprechend da widerspiegelt. Da bist du auf alle Fälle schon tausendmal weiter als ich. Ich wollte jetzt noch so Corporate Design, weil du da vorhin auf Audi eingegangen bist und dieses Ding-Ding-Ding von Telekom nachgemacht hast. Da gibt es auch wirklich, also das kannst du nicht bloß auf das optische Auftreten widerspiegeln. Audi zum Beispiel oder jeder Autohersteller macht das. Die haben eigenes Sounddesigner, die sorgen dafür, dass eine Audi-Tür sich genauso anhört wie jede andere Audi-Tür, wenn du sie zumachst und eine Golftür hört sich genauso an, so eine typische VW-Tür oder eine BMW-Tür, wenn sie zugeht. Da sind Experten dran, die pfeilen dran, wo sie hier und da noch irgendwie ein Pufferelement einbauen müssen, was irgendwelche Frequenzen rausfiltert. Das ist ein Irrsinnsaufwand, was diese Firmen da reinstecken. Und sowas wie Telekom, so ein Sound-Logo in drei Tönen irgendwie widerspiegeln zu können, da brauchst du einen guten Komponisten, der dir das so auf den Punkt bringt. Könntest du natürlich für deinen Anrufbeantworter-Ansagetext dein lila Feeling auch irgendwie so in eine Melodie packen lassen. Aktuell klingt das eher nach einem roten Feeling. Das hatten wir ja neulich schon mal. Ganz genau. Nee, aber was ich sagen wollte, wie gesagt, das lila Hemd ist eins der Markenzeichen oder wir hatten in einer anderen Folge auch mal drüber gesprochen. Ich hatte ja immer so pinke Kugelschreiber, die ich benutzt habe. Die untermalen das Ganze natürlich auch noch, damit es in den Flair und in den Charm einpasst, den man einfach widerspiegelt. Dass man auch direkt weiß, was man bekommt, wenn man auf die Webseite kommt. Dann ist der Rest nämlich dementsprechend auch so dieser, wenn du mal ein Auto anguckst, selbst mein Auto ist mit lila bestickt und passt sich dementsprechend in diese Szene mit ein. Du hast dein Auto besticken lassen? Nee, nicht bestickt, bedruckt, wollte ich sagen. Jetzt habe ich bestickt, genau. Ich habe dir schon gedacht, du klöppelst da irgendwelche Häkeldeckchen in deinem Auto rum. Würde natürlich auch auffallen, aber da hatte ich die pinken Kugelschreiber, ich glaube, das müsste HDJ13 gewesen sein damals, als wir über die atemlose Werbung gesprochen haben. Genau. Da hatte ich eher so den Eindruck, die pinken Kugelschreiber zählen auf die Zielgruppe der Bräute und Frauen hin. Das auch, natürlich, aber das untermalt das Ganze. Weil das beißt sich ja eigentlich mit lila. Nee, also wie gesagt, das ganze rosa-lilane Hochzeite-Frauenhafte spiegelt sich halt bei mir wieder, weil das ist meine Hauptzielgruppe und die sollen sich darüber natürlich wiederfinden. Und deswegen ist es wichtig, dass man da auch ein einheitliches Auftreten hat in jeglichem Bereich. Meine Facebook-Seite ist zum Beispiel aktuell eher in den blauen Touch mit reingemacht, weil ich mich da mit einem blauen Hemd noch wieder spiegle. Das wird aber dieses Jahr auch noch geändert und das zieht dann auch noch wieder in den lila Bereich mit ein. Da gibt es ein neues Titelbild, auch neue Fotos und alles drum und dran, damit sich das dementsprechend auch mit einbindet. Ansonsten alle meine anderen Seiten, wie zum Beispiel meine Google-Plus-Seite, ist auch schon in diesen lila Touch mit reingeflossen. Also wie gesagt, du bist schon tausend Schritte weiter, als ich an der Stelle. Bei Webseiten weiß ich natürlich, die Reverb-Com-Seite, die ist mehr so in einem Orangeton gehalten. Das war aber mehr zufällig und ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass Orange ja so eine positive psychologische Wirkung hat, weil jede Farbe transportiert ja auch irgendwo ein bisschen was. So blau ist eher das kühle, rot so das warme und das habe ich auf der DJ-Torsten-Weber-Seite, da habe ich das so gemacht, da habe ich es eher rot gehalten und die Links in blau, aber viel mehr Farbe verwende ich da auch nicht. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, dass ich da schon wirklich viel Zeit und Geld investiert habe, um da wirklich ein tolles Logo draus zu kreieren. Woher bekommt man aber heutzutage ein DJ-Logo? Ich zum Beispiel habe meins damals selbst gestaltet, aber weil ich auch noch damals noch nicht wusste, wo man sonst ein DJ-Logo herkriegen kann und ob es überhaupt wichtig ist. Ich wollte unbedingt eins haben, eins als Wiedererkennungswert und dann habe ich wochenlang an verschiedenen Formaten und Designs gearbeitet und wie ich ja schon mal in einer anderen Folge gesagt habe, ich bin Photoshop-technisch total unbegabt. Mein Photoshop nennt sich PowerPoint und darum habe ich in PowerPoint mein Logo designt. Das mache ich übrigens auch heute noch, wenn ich da mal ein bisschen was verändere oder das mal mit einer anderen Farbgebung designen möchte. Und da habe ich das, wie gesagt, vorgefertigt, damals in verschiedenen Designs, in verschiedenen Vorlagen und habe mir das dann rausgesucht, was mir am besten gefallen hat. Und da ist dann zum Beispiel auch noch mal, da steht dann DJ Mike Hoffmann drin mit zwei schwarzen Balken oben und unten, die das Ganze noch mal untermalen. Und zwischen Mike und Hoffmann ist ein großer Notenschlüssel von oben nach unten noch mal durchgezogen, der einfach transportieren soll, und um was es geht. Direkt auf den ersten Blick weiß man, es geht um Musik und weil der Notenschlüssel sowieso schon mein Logo war und weil ich ihn auch auf meinen, ich habe ein Notenschlüssel-Tattoo auf meinem Unterarm drauf, auf meinem rechten. Und da habe ich gesagt, auch da will ich den Wiedererkennungswert in mein Logo mit reinfließen lassen und habe auch den in mein Logo mit reingemacht. Jetzt erinnerst du mich an die Nike-Fanboys, die sich den Nike-Swoosh auf dem Knöchel tätowieren lassen. Das ist meine Frage, hattest du das Tattoo vorher oder nachher? Das ist eine berechtigte Frage und sehr häufig werde ich auch tatsächlich gefragt, wer lässt sich denn sein Logo auf seinen Unterarm tätowieren? Und ich muss sagen, es ist andersrum. Ich hatte mein Tattoo zuerst. Genau, weil ich hatte mein Tattoo schon bevor ich überhaupt wieder 2014 als DJ angefangen habe, hatte ich das schon vorher, weil es einfach meine Verbundenheit und meine Persönlichkeit zu der Musik widerspiegeln sollte. Und das wollte ich ein Leben lang behalten. Und aus diesem Tattoo ist mein Logo erst erstanden, wo ich dann gesagt habe, wenn ich mein Logo mache, dann soll dieser Notenschlüssel mein Markenzeichen oder mein Wiedererkennungswert werden. Ich stelle mir das jetzt ein bisschen so vor, du sitzt vorm Rechner und du kannst das jetzt mit, wenn du es nicht mit Photoshop machen willst, ich kenne natürlich auch viele Beispiele, wenn du das selber machst und du nicht weißt, womit du dich beschäftigst, dann nimmst du im Zweifelsfall irgendwelche Cliparts von Coral Draw und machst dein Logo draus und dann landest du aber, ich glaube, die Gefahr ist groß, sehr schnell bei Seiten, die schauen dann aus wie so 1995 Internetseiten mit der berühmten, drehenden, animierten Spiegelkugel. Da bist du nicht mehr weit davon entfernt, irgendwelche Cliparts als Logo für dich zu verwenden, wobei du dich ja dann auch nicht wirklich unterscheidest von anderen und da auch kein professionelles Bild nach außen gibst. Nein, also es ist wie gesagt, weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will. Ich bin da auch damals hingedriftet und hab dann mit irgendwelchen Cliparts hantiert und hab gesagt, boah, sieht das kacke aus, ey. Das sieht ja wirklich so richtig 90er-mäßig aus. Ey, so kann ich das nicht lassen. Es muss einfach, simpel und direkt auf den ersten Blick wiedererkennbar wert sein, ohne irgendwelche Firlefants drin, irgendwelche Reflektionen, Spiegelungen oder sonstige. Das Einzige, was ich wollte, ich wollte einen kleinen Farbtouch drin haben und hab das Lila, was in meiner Webseite drin ist, hinter das Mic gemacht, damit das so ein bisschen lila rausleuchtet. Ansonsten hab ich eine schwarze oder je nach Hintergrund auch eine weiße Schriftart, wo das komplette Logo drin die Seite ist. Nur das Wort Mic hat im Hintergrund noch eine lila Aufleuchtung. Also du kannst es jetzt selber machen, so wie du. Würde ich im Zweifelsfall, würde ich auch einfach spiele so ein bisschen mit unterschiedlichen Schriftarten, nimm deinen Namen, mach es nicht komplizierter, als es ist. Auf einen Notenschlüssel würde ich auch erstmal verzichten. So habe ich es auch gemacht. Weil da habe ich immer im Hinterkopf. Schau dir mal das Google-Logo an. Ja. Was ist das? Das sind, im Endeffekt, es sind Buchstaben, die schön eingefärbt sind. Sie sind gekonnt eingefärbt, aber das ist die Schrift und die Schriftart, die haben sie auch in letzter Zeit verändert. Aber das ist an sich erstmal das Wort Google. Und deswegen, wenn ich jetzt mit DJ Thorsten Weber anfange, dann kann ich ganz gut damit leben. Wenn du jetzt allerdings einen Schritt weiter gehen willst, dann könntest du ja zum Beispiel auch Grafiker anheuern oder... Das wäre eine gute Möglichkeit. Du kannst extra Grafiker holen. Ein Tipp, den wir schon mal rausgegeben haben, ist eine Internetseite namens fiverr.com. Da habe ich auch für andere Internetprojekte solche zusammengeschusterten Logos auch mal für 5 Dollar bestellt, einfach um was zu haben auf der Webseite, sei es als Platzhalter oder um es dann vielleicht später von einem professionellen Grafiker irgendwie überarbeiten zu lassen. Also fiverr ist da immer ein sehr, sehr guter Tipp, weil man halt, wie gesagt, solche Sachen erstellt kriegt für in der Regel 5 Dollar. Ein paar Sonderwünsche kosten da immer ein bisschen mehr. Dann legt man vielleicht nochmal 5 Dollar drauf, kriegt aber für einen kleinen Preis in der Regel einen sehr, sehr guten Service. Und da kann man sich auch ein Logo erstellen lassen, Vorlagen erstellen lassen oder mehr. Deswegen auch immer ein sehr, sehr guter Tipp. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wir haben so viele DJ-Kollegen, ich denke mal, dass wir auch unter unseren Hörern vielleicht DJ-Kollegen haben, die sind sogar grafisch veranlagt und vielleicht ist da sogar der eine oder andere dabei und möchte sich zur Verfügung stellen und sagen, DJ-Logos habe ich selber erstellt, mache ich häufiger, vielleicht sogar für andere Kollegen, der sich vielleicht sogar breit erklärt, wenn der eine oder andere Hörer sagt, oh, ich brauche noch ein Logo, ich brauche jemanden, der mir das macht, dass wir vielleicht unseren Hörern jemanden haben, der sagt, ich würde mich dafür bereit erklären, für ein Obolus X das zu machen. Lieber Hörer, wenn du so jemand bist, dann kommentiere doch unter dieser Folge einfach kurz in die Beschreibung rein, sag, hallo, ich kann DJ-Logos erstellen, poste es drunter, so können wir uns auch mit unseren Hörern und mit potenziellen Leuten, die halt ein Logo brauchen, uns einfach ein bisschen austauschen. Das ist auch eine super Idee, den Gedanken, den können wir ja bei Facebook, glaube ich, auch ganz gut weiterspinnen, einfach, wenn da jemand einspringen will, gerne. Vielleicht fällt ja auch ein Logo für mich raus. Je nachdem, wo unser Hörer natürlich gerade unsere Folge hört, wir sind ja auf YouTube, wir sind auf Facebook, du kannst uns auch in der Podcast-IOS-App zum Beispiel drin hören, das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man zum Beispiel auf die Arbeit fährt, hören das sehr, sehr viele unserer Hörer habe ich bereits mitgekriegt, da gibt es die Möglichkeit oder bei uns auf der Webseite natürlich, da kannst du den Podcast dir auch direkt abspielen. Also egal, wo du bist, einfach drunter kommentieren. Weißt du, wer das Podcast-Logo von der Hochzeits-DJ-Akademie kreiert hat? Das warst du, oder? Das hat mich jetzt daran erinnert, in der IOS-App, da musst du, wenn du den Podcast-Feed einreichst, dann musst du ein Logo auch angeben, damit du dir überhaupt relevant in deinen Suchergebnissen auftauchst. Und da habe ich mich damals hingesetzt mit Canva und habe dieses, wie heißt denn dieser Hut, dieser Absolventen-Hut irgendwie von den Unis, die habe ich damit zusammen gestöpselt. Wenn du das Ganze noch ein bisschen professioneller machen willst, kannst du natürlich auch einen Grafiker fragen, der dir ein Logo erstellt. Das habe ich vor, ich glaube 20 Jahren, da haben wir mal mit einem Grafiker, einem Werbe-Grafiker zusammengearbeitet und haben damals für unsere Veranstaltungsagentur, da haben wir uns wirklich professionell ein Logo designen lassen. Das war ein ewiges Hin und Her mit Wünschen und du hast die Vorschläge, dann gefällt mir die Schrift nicht, dafür gefällt dem anderen die Farbe und dann hast du eine andere Schrift, da ist es genau, also da musst du ziemlich viel Zeit investieren, gerade wenn es mehrere Personen sind und du noch mit einem Grafiker oder einer Grafikerin zusammenarbeitest. Einfach das ist mehr so ein Hin und Her und da kannst du dich so ja aber schön schrittweise rantasten, glaube ich, zu dem Ideal, zu der Idealvorstellung oder dem Idealbild, was du für dich als Logo benutzen willst. Das sind ja auf der einen Seite jetzt nur, das ist mehr so diese grafische Visualisierung. Da kommt natürlich dann im Sinne von Corporate Design kommt dann noch ja die komplette Farbgebung dazu, also normalerweise wird zu so einem Logo kriegst du auch eine komplette Farbpalette, so habe ich das für Hausschuhe damals zum Beispiel machen lassen. Das habe ich bei Fiverr designen lassen und da hat mir der Grafiker damals einen Vorschlag gemacht, nee das war gar nicht Fiverr, jetzt fällt es mir ein, das war 99 Designs, wo ich das habe machen lassen und da hat mir der Grafiker drei Farben gegeben, eben, also die er halt in dem Logo verwendet hat und worauf ich achten soll, dass diese drei Farben, dass ich die halt verwende und jetzt nicht wild hin und her springen und auch noch irgendwie ein Rot statt ein Gelb verwende oder hier ein Blau statt einem Dunkelgrau, einfach, dass das Ganze so ein stimmiges Bild gibt. Da kannst du viel Tipps von Grafikern auch bekommen. Das stimmt, ich sehe bei Kollegen ja auch immer sehr, sehr viele verschiedene Logos und die sind meistens auch ein bisschen DJ-typisch. Ich sehe es zum Beispiel bei Kölner DJ-Kollegen, die haben eben im Logo dann so eine Schattierung von dem Kölner Dom mit drin, direkt als Wiedererkennungswert. Man hätte auch die Möglichkeit, der eine oder andere könnte sich eine Schallplatte in sein Logo mit reinmachen, einfach um die Verbundenheit zu der Musik als Wiedererkennungswert zu machen oder einen Schallplattenspieler oder wie gesagt, so ein paar Noten zum Beispiel, die man noch mit reinmachen kann. Also es gibt so viele vielfältige Möglichkeiten, die man da machen kann oder auch so, ich sag mal so, als Animation, nee, nicht als Animation, aber so als transparenten paar Hände, die in die Höhe gehen, so als Crowd zum Beispiel, die noch unten drin sind. Ach, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Das finde ich fast schon wieder ein bisschen zu kitschig. Also kann man machen, wie man möchte. Man kann sich Grafiker suchen, Fiverr machen, oder wie gesagt, vielleicht haben wir einen DJ-Kollegen unter unseren Hörern, der da richtig begabt drin ist. Ganz wichtig ist aber auch vor allem zu beachten, wenn ihr euch ein Logo erstellt, dann lasst das unbedingt, wirklich unbedingt in dem Grafikformat PNG machen. PNG hat den ganz großen Vorteil, es ist in erster Linie ein bisschen komprimierter und qualitativ hochwertiger als zum Beispiel eine JPEG-Datei und meist ist der Hintergrund transparent, so dass ihr dieses Logo wirklich nur als Ausschnitt verwenden könnt und das dann in andere Elemente auch einfach einpflanzen könnt, ohne da, ich sag mal, einen weißen Hintergrund in Form von einem Quadratfeld zum Beispiel noch drin zu haben. Geh noch einen Schritt weiter, den Tipp kann ich dir geben, vergiss PNG, vergiss JPEG, vergiss alle pixelbasierten, also Bitmap-orientierten Bildformate, du musst EPS nehmen und zwar ist es ein Vektorformat, das kannst du beliebig skalieren, also da kannst du, das kannst du so groß machen, kannst du ganz klein machen, so dass du ein Icon bei Facebook machst, irgendwie mit 120 Pixel und das kannst du so groß skalieren, dass du am Schluss einen Wolkenkratzer mit 500 Metern Höhe damit bedrucken kannst, also ganz wichtig, PNG ist ein ganz gutes Format, aber wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst und wenn du wirklich mit Profi-Grafikern zusammenarbeitest, dann wird es früher oder später auf das EPS-Format hinauslaufen. also ein Profi-Grafiker kann dir eine EPS-Datei machen, ich selbst, der mit PowerPoint gearbeitet hat, kann da leider keine EPS-Datei draus machen, deswegen habe ich damals eine PNG-Datei erstellt, das war auch für meine Zwecke vollkommen ausreichend, aber wie du schon recht hast, eine Vektordatei im EPS-Format ist natürlich das Nonplusultra, das ist das Beste, weil da kannst du in jeder Größeneinheit, ob du dein Logo Mini haben willst oder XXL-Format auf dem Auto gedruckt oder auf deine Häuserwand, scheißegal, wo du es hinhaben willst, es verpixelt nicht, weil es einfach, wie gesagt, in jeder Größe erstellt ist. Ein Vektor ist, den du einfach hochkalieren kannst. Das ist das Schöne. Super, den nächsten Punkt, den wir bei uns auf der Liste drauf haben, ist ein großer Punkt, in dem man beachten muss, wenn man wirklich mit Logos, Texten oder sonstigen Sachen arbeitet oder auch wenn man mit einem Grafiker zusammenarbeitet, ist das sogenannte Markenrecht oder auch der Urheberrechtsschutz? Auf der einen Seite hast du den Urheberrechtsschutz, wenn du, nehmen wir einfach mal den ganz einfachen Fall, du hast einen DJ-Kollegen, der erstellt dir ein Logo. Dadurch, dass er das gemacht hat, da sind wir in der Copyright-Folge auch schon mal draufgekommen. Ist er der Urheber, oder? Ist er der Urheber von diesem Bild, von diesem Logo und dieses Werk, dieses Logo ist urheberrechtlich geschützt. Und wenn du jetzt dich mit deinem Kollegen zwar einigst, so von wegen, ja, hier, kannst du haben, nimm es einfach und in zehn Jahren versteht ihr euch vielleicht nicht mehr und du hast nicht mit ihm über die Verwertungsrechte von diesem Bild gesprochen, dann kann es schmerzlich werden. Also ich würde dir einen Tipp geben, egal woher du dieses Logo bekommst, ob bei Fiverr, von einem Grafiker oder von einem DJ-Kollegen, also von einem anderen Urheber als du selbst, dann halte unbedingt schriftlich die Verwertungsrechte fest und lass dir für alle Medien, für alle Zukunft unbedingt diese Verwertungsrechte von diesem Bild, von dieser Datei geben. Und am besten lässt du dir die Grafik auch noch in, also in der EPS-Datei und in allen sonstigen Formaten geben. Egal wie ihr euch da finanziell darüber einigt, ob das Ding jetzt 100 Euro kostet oder 5000 Euro, die du bezahlst, wichtig ist, dass du schriftlich diese Verwertungsrechte und das Urheberrecht geklärt hast, einfach wie du es auch verwenden darfst. Genau, ein Kollege hat mal gesagt, kauf dich da frei, dass du sämtliche Rechte hast und dann außen weg bist und damit anstellen kannst, was auch immer du vorhast, ohne dass du immer durch Erlaubnis bitten musst oder wie Thorsten gerade schon gesagt hat, stell dir mal vor, ihr vertragt euch in 10 Jahren nicht so und der andere will dir irgendwas böse und sagt, ey, ich hab doch dein Logo designt, das ist meins, das darfst du ab heute nicht mehr benutzen. Ja, jetzt hast du dir als DJ schon eine Marke aufgebaut, über die letzten 10 Jahre, jeder kennt dich über dein Logo und jetzt darfst du es auf einmal nicht benutzen, weil der andere die Rechte dran hat. Dann gibt es Zoff, Zorris, einen Krieg, wahrscheinlich wirst du sogar mit dem Anwalt vor Gericht ziehen müssen, um da überhaupt deine Rechte zu kriegen und das ist mehr Terz, als wenn du dich von vornherein schon drum kümmerst. Du könntest das ja auch nachsetzen lassen, also das ist jetzt nicht unbedingt das, aber da ist glaube ich einfach vorher einfach drüber sprechen, ich hatte ja auch schon mal den Fall, dass ich dann irgendwelche Texte für was verwenden wollte, wo ich mich mit dem Autor nicht geeinigt habe oder einfach vorher nicht drüber gesprochen habe und ich habe das im Nachhinein, habe ich es halt schon ein paar Mal gelernt bei Bildern, bei Fotos, ich glaube da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich habe auch schon mal was drüber geschrieben, wenn du Fotos von einem professionellen Fotografen oder von einer Fotografin benutzt, klär einfach, was du damit machen willst, dass du in Zukunft vielleicht das Ding auch aufs Auto drucken lassen willst und das einfach, dass du vorher mit den Leuten sprichst und sagst hier, du möchtest dir einfach sämtliche Optionen offen halten, sprecht lieber jetzt drüber, halte das schriftlich fest, was du alles vorhast und dass du in Zukunft vielleicht noch ganz andere Dinger vorhaben möchtest, wer weiß, was in zehn Jahren möglich sein wird, ob du dann, vielleicht wollte sich jemand ausschließen lassen, dass du dein Logo als Virtual Reality EPS Grafik dann irgendwo auf irgendeiner anderen Internetplattform, Facebook 3.0 oder was verwendest und einfach, ja, so wie du es gesagt hast, kauf dich frei, sprech drüber und klär das im Vorfeld. eine andere Sache, das mit deinem Notenschlüssel und so, da könntest du natürlich jetzt auch die Kombination von deinem Namen oder vielleicht auch den Notenschlüssel, den könntest du ja auch als Bildmarke schützen lassen. Das ist was, was ich zum Beispiel noch vorhabe, das steht tatsächlich hier auf meiner To-Do-Liste für dieses Jahr drauf, einerseits entweder als Markenschutz machen oder als Bildschutz zum Beispiel machen lassen, weil ich auch jetzt öfter mitgekriegt habe, es gibt noch zwei, drei andere Mike Hoffmann, der eine hieß zum Beispiel DJ Iron Mike und auf einmal nennt er sich jetzt um im Mike Hoffmann und da frage ich mich, oha, mit zwei und F und zwei N? Genauso geschrieben wie ich, ganz genauso. Oder auch einer unserer Zuhörer, ein Kollege von mir, der DJ Tova, der hat ein ähnliches Problem, weil zum Beispiel in, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wo es war, Pakistan, Usbekistan, irgendwie sowas, gibt es einen DJ Tova, der ist bei denen so auf gut Deutsch der örtliche David Guetta, wo die alle drauf abfahren, den suchen die natürlich alle bei Googlen, finden unseren DJ Tova, und liken den. Jetzt kriegt er die ganzen usbekistanischen Likes und so weiter, weil der leider genau denselben Namen hat, wie hier der pakistanische David Guetta. Ich glaube, es heißt Usbekisch, aber ist mir gerade relativ, ich weiß nicht mehr, welches Land das war. Wie hast du gesagt, Bildrechten, also was es gibt, was du schützen lassen kannst, das funktioniert beim Patentamt, können wir auch zu einem Blogpost verlinken, den ich schon mal darüber geschrieben habe, über die paar Marken, die ja ich habe schon eintragen lassen. Also du hast einmal die sogenannte Bildmarke, das ist der schwächere Markenschutz und dann hast du eine Wortmarke und das Ganze, eine Wortmarke wäre sowas wie DJ Mike Hoffmann, das lässt du dir als Marke schützen und das ist dann sowas wie DJ Reverb, das ist meine Marke, da kann kein anderer, der mehr damit kommen. Okay, was kostet denn sowas? Also für Deutschland, der reine Markeneintrag beim Patentamt, der kostet 300 Euro und ich mit meinem Anwalt muss dann auch so 150 bis 200 Euro an Grundberatungskosten noch mit dazu rechnen, du musst dann Kadavs drei Markenklassen angeben, also sowas wie Discjockey, wie Diskotheken, wie Musikstreaming im Internet, da gibt es unterschiedliche Klassen, die sogenannten Nizza-Klassen, in die die Marken eingeteilt werden und das musst du mit einem Anwalt einfach durchgehen und dem musst du erklären, was du schützen lassen willst und der formuliert es dann so um, dass das Patentamt das versteht und dann auch in diese Markenanmeldung so übernehmen kann, dass halt wirklich auch wirklich der Zweck geschützt ist, den du im Sinn hattest. Wenn du das selber machen würdest, du kannst es versuchen, ich würde es dir nicht raten, geh zum Anwalt, lass dich beraten, zahl 150, 200 Euro, dadurch wird dein Markenantrag auch schon mal viel schneller genehmigt werden oder durchgehen und du wirst keine Nachfragen haben, weil im Zweifelsfall kann das Patent dann auch einfach deinen laienhaft ausgefüllten Markenantrag nehmen und sagen, okay, abgelehnt und dann sind diese 300 Euro futsch. Das ist natürlich blöd, aber du hast ja gesagt, du hast da selber schon mal einen Blogpost drüber geschrieben, wo das Ganze bestimmt ein bisschen detaillierter beschrieben ist, wo wir auch einfach gerne mal hinverlinken können, falls da jemand von unseren Hörern dabei ist, der vielleicht sowas im Sinn hat und dann kann er sich über deinen Blogpost dann nochmal ein bisschen detaillierter erkundigen. Ja, also das wird, wenn es mit Usbekistan und Deutschland, Gut, jetzt nicht länderübergreifend, wenn du das weltweit schützen lassen willst, dann bist du mit ein bisschen mehr als 500 Euro dabei, da musst du dann schon einen internationalen Markeneintrag oder du könntest auch über einen europäischen Markeneintrag nachdenken. Also da gibt es unterschiedliche Abstufungen, aber diese Nizza-Klassen, in die du das einteilst, die gelten global. Also wie gesagt, lieber Hörer, falls du da noch mehr Wissen drüber erfahren möchtest, gerne einfach bei uns in der Beschreibung postet dir Thorsten direkt nochmal den Link zu seinem Blogpost mit rein. Da gibt es mehr Infos drüber. Da könnt ihr euch natürlich drüber informieren. Jo, das Ganze auf der Webseite unter hochzeitsdjakademie.de-logo für diese Folge von heute. Ganz genau. Den letzten Punkt, den wir in der heutigen Folge noch ansprechen möchten mit euch, ist natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Logo erstellt habt, egal durch wen, ihr habt euch für ein Design und vielleicht sogar für eine Farbgebung entschieden, habt sogar das richtige Format gefunden und habt euch vielleicht sogar schon schützen lassen, ist die allerwichtigste Frage natürlich, wo kann ich dieses Logo denn überall alles benutzen? So wie du es gesagt hast, oder? Einfach überall, mach es genauso wie McDonalds und stell überall dein gelbes M auf. Ganz genau. M für Mike Hoffmann. Das wäre es natürlich auch ganz genau. Wir haben trotzdem mal eine kleine Auflistung gemacht, um zu sagen, wo macht es Sinn, sein DJ-Logo wirklich zu benutzen, es zum Beispiel darzustellen, wo benutzen wir es zum Beispiel. Und da haben wir einige Seiten aufgezählt. Natürlich ist eins der ersten und wichtigsten Punkte, ist deine Webseite. Dein Logo muss natürlich auf deine Webseite mit drauf, entweder ganz klein in die Ecke mit rein oder du kannst es auch machen, wie ich es zum Beispiel gemacht habe. Wenn du drauf kommst, hast du oben im Header, ist erstmal mein Titelbild drin, damit jeder überhaupt mal weiß, wie heißt er, wer ist er, was macht er. Webseite ist eine Sache, wo hast du es dann auf der Facebook-Seite verwendest. Verwendest du es da in dem großen Facebook-Bild, in der Cover-Grafik oder an der Seite in diesem kleinen Logo, in dem quadratischen? Also tatsächlich macht es am meisten Sinn, ich habe mich jetzt ein paar Monate mit Social Media befasst, macht es am meisten Sinn, wenn du dein Logo einbindest, dass du es ins Titelbild mit einbindest. Bitte nicht in dein quadratisches Profilfoto mit rein, weil dein Profilfoto, wenn du irgendwo mal etwas postest oder kommentierst, taucht dein Foto immer auf. Und da ist es für Zuhörer oder Leser einfach besser, wenn da ein Bild von einem Menschen drin ist, wo man eine Bezugsperson hat, anstatt wenn da ein Schriftzug drin ist, der meistens sogar noch so klein ist, dass man es nicht liest. Ich weiß, manche machen es anders, es gibt da auch Ausnahmen. Mein Tipp oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist wie gesagt, ein Logo nicht in das Profilbild reinzumachen, sondern es ins Titelbild in den Header mit einzufügen. Das macht meistens auch da am meisten Sinn. Außer du machst das natürlich gleich so und lässt dein Logo quadratisch designen. Auch dann würde ich es nicht machen. Also so habe ich das bei Hausschuh damals im Hinterkopf gehabt, so lässt sich das, wie lässt sich das quadratisch zum Beispiel auch auf so einer Kachel auf deinem Smartphone, wie würde es da aussehen, wenn ich das Logo einfach quadratisch nur mache und nehmen wir jetzt zur Abwechslung mal den Mercedes-Stern und Mercedes postet was auf der Facebook-Seite, da wäre natürlich, deren Logo wäre schon ideal dafür, würde sich dafür eignen. Natürlich, das ist auch die bessere Variante, die treten da aber auch als Marke auf. Wir als DJs wollen ja nicht als Marke auftreten, pass auf, wir wollen als Mensch auftreten, als Dienstleister, als Persönlichkeit. Wir wollen Interaktionen bei uns auf der Facebook-Seite generieren und da ist ein Bild von einem Menschen, wer wir überhaupt sind, weil jemand, der uns bucht, der bucht nicht den, also der bucht nicht das Logo, der bucht den Menschen, der dahinter steht und darum ist es auch wichtig, dich zu zeigen und in einem Profilbild ist das wichtig. Ich meine, das haben wir sogar mal in einer Folge besprochen, die wir über das Thema Facebook und Social Media mal erhalten haben. Ja, da würde ich jetzt aber einhaken wollen und sagen, was ist für dich eine Personenmarke, weil den Unterschied zwischen Marke und wie du so eine Marke mit Werten auflädst. Ich nenne dir mal ein großes Beispiel, wenn du willst. Ich glaube nicht, dass das unbedingt unabhängig davon von einer Person sein muss, das kann sehr wohl eine Person sein. Ja, natürlich, aber welche Person stellt sich dann hinter Mercedes-Benz, den du direkt wiedererkennst, überall. Das ist was anderes, das ist eine andere Hausnummer, aber du kannst, aber wir als DJs wissen es doch. Nimm so jemanden wie Michael Mittermeier, das ist für mich eine Marke, also eine Personenmarke, der Typ verkauft Comedy. Trotzdem ist, wenn er sein Profilbild mit seinem Gesicht schmückt, ist es besser, wenn er mit seinen Fans interagiert, als wenn da ein Name drin steht. Bei einem Mercedes kannst du dieses Sternenlogo natürlich, als Profilbild nehmen, weil die Marke dahinter wiedergespielt wird, aber wir sind kleine Hochzeits-DJs, wir sind kein Großweltunternehmen oder ähnliches. Für uns sind die Menschen und die Interaktionen in Facebook wichtiger, dass wir uns, wie gesagt, darstellen, als dass wir da ein Logo mit reinmachen. Aber wie gesagt, das ist Ansichtssache. Das kann jeder so handhaben, wie er möchte. Ich sage nur, dass ich mit diesen Tipps, die ich die letzten Monate erfahren habe, damit die bessere Erfahrung gemacht habe. Ich mache es da genauso. Also ich habe überall in den ganzen Facebook Profilfotos, Google+, überall, ich verwende überall dieses eine Bild und das verwende ich auch. Das glaube ich, das ist auch wichtig, dass du es dann konsistent auch wirklich auf allen Plattformen, ob das jetzt Twitter ist, Facebook, LinkedIn, was auch immer, YouTube, nimmt einfach überall dieses selbe Erscheinungsbild. Weil dann kommen wir auf den ersten Punkt, dann kommst du nämlich zu so einem Corporate Design, dann erkennt dich irgendwann jeder schon auf den ersten Blick so, hey, das ist doch die Grafik von Mike, die habe ich doch vorgestern schon mal gesehen und die Schriftart hat er auch überall verwendet und dann natürlich noch das lila Hemd dazu. Jetzt weiß ich, das gibt natürlich auch so eine gewisse Sicherheit, dass du, ja, diese Markenvertrautheit, die du dann einfach empfindest. Ganz genau. Also wo kann man sein DJ-Logo noch überall benutzen? Wir hatten jetzt die Webseite, wir haben die Facebook-Seite, ganz wichtig natürlich auch auf der Visitenkarte. Wenn du Visitenkarten hast, lieber Hörer, druck doch da dein Logo drauf, damit wenn du diese Visitenkarte rausgibst, die Leute, wenn sie es sehen, direkt dein Logo sehen und so auch, wenn sie dich irgendwo suchen über eine Website, über Facebook, einen Wiedererkennungswert haben, weil sie dein Logo dann schon kennen. Und jetzt die ganz wichtige Abkürzung für dich als DJ, wenn du noch kein Logo hast, so wie ich, halte dich nicht zu sehr, zu lange mit einem Logo auf, sondern drucke einfach Blanko-Visitenkarten. Das Logo kannst du auf der zweiten Generation von deiner Visitenkarte immer noch draufdrucken. Das ist zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit, ja. Gut, das war das eine, um so ein einheitliches Auftreten zu bekommen, kannst du natürlich oder solltest du dein Logo unbedingt auch auf dem ganzen Schriftkram, wie E-Mails, du hast es vorhin schon gesagt, dann auf Angeboten, auf Rechnungen und wir haben ja gelernt, Mike lässt gerne sein Logo auch sticken und natürlich nicht aufs Auto als Werbung, sondern du hast einen Tipp, da wäre ich nicht drauf gekommen und zwar aufs Hemd, auf den Kragen sticken zu lassen. Aber das kennst du ja von jedem Fußballspieler, der dann irgendwie den Sponsor so an der Seite vom Kragen reingedruckt hat. Das ist aber auch ein Tipp, den habe ich eher von so Veranstaltungstechnikfirmen gemacht, die einheitlich dezent auftreten möchten, die haben schwarze Hemden zum Beispiel an, wollen da aber nicht riesengroß ihr Logo auf den Bauch oder auf die Rückseite drauf haben, um das dann dezenter zu machen, lassen die sich zum Beispiel ihren Namen oder ihr Logo auf den Kragen oben drauf sticken oder ich habe DJ-Kollegen, wir hatten den Daniel ja zum Beispiel mal in einer unserer Podcast-Folgen drin vom Jukebox DJ Service, die benutzen zum Beispiel als Duo weiße Hemden und haben oben am Kragen auch Jukebox DJ Service mit drauf gestickt und das ist zum Beispiel auch eine schöne Möglichkeit, die man benutzen kann. Ich glaube, das kommt eher aus dem Fernsehen, weil du selbst bei einer Porträtaufnahme, wenn du ein Interview hast und dich so leicht schräg vor die Kamera stellst, dann ist automatisch dein Kragen mit dem Logo immer sichtbar, das können die, so gut kann der Kameramann gar nicht sein, dass er das irgendwie rausfiltert und dein Logo da nicht mitnimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ist eine geile Idee. Genau, den nächsten Punkt, den wir noch haben, natürlich auf deinen ganzen Equipmentsachen, wie zum Beispiel auf Taschen, auf deinen Cases oder sonstiges, kannst du dein Logo natürlich auch draufdrucken, damit du auch, wenn du in der Location zum Beispiel aufbaust und dann dein ganzes Equipment erstmal abstellst, damit die Leute auch wissen, okay, das ist der DJ oder die Tasche gehört dem DJ, damit die auch keine verwechselt oder irgendein anderer mitnimmt, was mir auf anderen Feiern schon mal passiert ist, dass irgendeiner ein falsches Stativ mitgenommen hat oder mitnehmen wollte, wäre da nicht mein Logo draufgedruckt gewesen. Dadurch haben die gesehen, oh, das ist ein DJ in seiner Tasche, da steht ja sein Name drauf. Autowerbung hatten wir schon, du hast da auf deinem neuen Auto, das hast du, ich glaube, folieren lassen, oder? Genau, folieren, also es ist nicht bestickt, es ist wirklich foliert, ganz genau. Es wäre auch zu gut gewesen, das finde ich grandios. Da habe ich neulich einen Beitrag gesehen im Fernsehen, da besticken die irgendwie in der Türkei Bäume oder die häkeln, da hat auch irgendwie so eine Gruppe 20 Omas, die häkeln irgendwelche Decken und dekorieren dann Bäume damit. Da musste ich dran denken, als du gemeint hast, du lässt dein Auto besticken. Boah, krass. Nee, also wie gesagt, Auto ist wirklich verliert, das Logo kann man da auch draufdrucken lassen, entweder groß auf die Seite oder auf die Rückseite, je nachdem, wie er es haben möchte. Ich habe zum Beispiel auch nochmal bei mir vorne auf der Motorhaube mit drauf, einfach schön als Ansicht, weil es halt natürlich ein schönes ausgeglichenes Logo ist und es passt da wunderbar drauf. Deswegen war das für mich auch sehr, sehr wichtig. Mir fallen jetzt noch zwei Sachen ein, das ist mir erst klar geworden, gar nicht mal in der Vorbereitung, sondern jetzt erst, als du das mit den Taschen erzählt hast, sowas wie Flight Cases und dann habe ich, ja da habe ich DJ Reverb, aber da habe ich damals meine überzähligen Aufkleber drauf gedruckt, womit ich angefangen habe, ich habe meine CD Player an der Seite, ich habe diesen Pioneer Schriftzug, habe ich einfach mit DJ Reverb überklebt, weil mir das in der Zeitungsberichterstattung immer aufgefallen ist, wenn mich die Fotografen fotografieren, da steht überall Payone hier drauf und da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn da mein DJ Name erscheinen würde, statt irgendwie Werbung, so gut die CD Player sind, aber statt deren Werbung zu machen, mache ich doch eigene Werbung und das hat sich schon ein paar Mal ausgezahlt und das kannst du auch vorne, also je nachdem, was du für einen Controller benutzt, deswegen komme ich auf diesen zweiten Punkt, du könntest es natürlich auch auf deinen Laptop einfach einen Aufkleber mit deinem DJ Name drauf machen. Wäre auch eine Möglichkeit, ich bin jetzt kein Freund davon den Laptop zu bekleben, aber die Möglichkeit besteht, aber ich habe mich zum Beispiel an deinem Tipp, weil du es gerade gesagt hast, mit deinem Player orientiert und habe an meinem DJ Case, was von der Firma Odi User ist, den Schriftzug mit Odi User abgeklebt und habe meine Domain da drüber geklebt und auch wenn da Fotos entstehen, sind immer Fotos mit meiner Domain mit drauf und ansonsten habe ich auf meinem DJ Flight Case auf dem Deckel riesengroß mein Logo und meine URL mit drauf und wenn ich den Deckel abnehme, dann stelle ich dann meistens öfter meine Ecke und wenn irgendeiner draufkommt, der liest natürlich dann allererstes erstmal diesen Deckel und sieht dann, ah, DJ Mike Hoffmann, dann wissen die zumindest schon mal, okay, der DJ heißt Mike und kommen zu mir an und sagen dann, hallo, du bist der Mike, sprech mich an, also sie wissen auch von vornherein, wer ich bin und wie mein Name ist. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch um so ein leichtes Eis auf den Feiern zu brechen. Jetzt habe ich die Folge, den Titel für diese Folge gefunden. Diese Hochzeit kann Produktplatzierungen enthalten. Das ist ja mega. Ich glaube, den nehmen wir, der ist echt gut. Super. Einen Tipp habe ich noch und zwar, vielleicht hat der ein oder andere Hörer da auch noch gar nicht dran gedacht, trotzdem gibt es mittlerweile die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel als Hörerstativ Hussen benutzt, zum Beispiel um euer Lichtstativ zu verkleiden mit so einer Husse, damit nicht das blanke Metall zu sehen ist, gibt es mittlerweile die Möglichkeit, bei diesen Anbietern, wenn man so einen Husse kauft, die von vornherein zum Beispiel auch mit eurem Logo bedrucken zu lassen. Ich habe das gerade erst vor kurzem machen lassen und habe jetzt auf meinen weißen Stativhussen ein schwarzes DJ Mike Hoffmann Logo rechts und links mit drauf. Da könnt ihr aber auch jede andere Wunschsache drauf machen, zum Beispiel eure Webdomain, eure Telefonnummer, eure URL oder wie gesagt, euer Logo. Möglichkeiten gibt es da viele. Du könntest natürlich auch dein Logo, das hast du mir jetzt drauf gebracht, als Gobo ausstanzen lassen oder Laserschneiden lassen. Und ich glaube, dahin wird der nächste Trend gehen, die Stativhussen, da wird dann in Zukunft der Name des Brautpaars drauf gedruckt. Warum das noch keiner gemacht hat, verstehe ich eigentlich. Also viele machen das ja schon, das ist auch was, was dieses Jahr bei mir in Anschaffung steht, ein Gobo-Projektor, wo man ein Wunsch-Gobo reinmachen kann, was man erstellt hat, mit ein paar Herzchen und dem Namen des Brautpaars. Und das entweder an die Wand oder auf die Tanzfläche projiziert und sowas kann man als Zusatzverkauf noch machen. Aber da unterhalten wir uns über eine andere Folge drüber, die wir noch geplant haben, zum Thema Zusatzverkäufe. Aber du kannst es ja direkt auf die Stativhussen auch drauf drucken. Ja, das wäre jetzt ein bisschen, denke ich mal, zu aufwendig, zu teuer und zu sonstigen, wo man sagen muss, rentiert sich das überhaupt? Es wäre eine Möglichkeit, die einfache und günstigere Version ist, wenn man das mit Licht als Gobo, wie gesagt, entweder an die Wand oder auf die Tanzfläche wirft. Unsere Tipps, wir haben keine mehr, oder haben wir noch Tipps? Nein, das waren unsere fünf Tipps, die wir heute rausgeben wollten, zum Thema DJ-Logo. Was bringt es? Wozu benutzt man es? Woher bekommt man es? Und was muss man beachten, wenn man eins macht? Diese Tipps wollten wir mit euch besprechen. Ich hoffe, euch haben unsere Tipps gefallen. Falls du, lieber Hörer, noch Ideen, Wünsche oder Anliegen zu dem Thema Logo hast, kannst du uns entweder unter diesem Beitrag direkt kommentieren oder du kannst auch, wenn du Fragen hast, die zum Beispiel auf unseren digitalen Anrufbeantworter sprechen, den findest du direkt bei uns natürlich auf der Webseite unter www.hochzeitsdjacademy.de Und da findest du natürlich auch die ganzen Notizen zu dieser Folge. Und heute haben wir noch einen Aufruf mal wieder für dich so zwischendurch. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Und zwar der Hinweis auf die VIP-Liste. Maik hat es vorhin angesprochen. Das ist unser geheimer Platz, wo wir für dich unsere besten Tipps zusammengestellt haben. Das Ganze erhältst du kostenlos per E-Mail. Trag dich einfach für diese VIP-Liste ein und dann schicken wir dir eine E-Mail und du bekommst Zugriff zu all unseren Spickzetteln, Hilfsmitteln und alles, was wir sonst noch schon herausgebracht haben und herausbringen werden. Da sind vor allem, was mir auch viel nützt in dieser VIP-Liste, da sind so schöne kleine PDF-Dokumente zum direkten Download mit drin, wo die ganzen Tipps nochmal zusammengeschrieben sind, wo du dir nicht nochmal ewig eine ganze Folge anhören musst, sondern direkt schwarz auf weiß kurz zusammengeschrieben die besten Tipps. Deswegen ist die VIP-Liste ja so wichtig und so schön und wenn du das natürlich auch haben möchtest, einfach eintragen, dann kriegst du die zugesandt und dann kannst du direkt unsere Tipps runterladen. Wenn du uns nicht zuhören willst, dann müssen wir einfach schneller reden. Noch schneller? Super. Wir sagen vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.